An diesem Ort bekomme ich Kopfschmerzen. Er spürt, dass die Siegel schwächer werden. Er weiß, dass ihr nahe seid. Ihr müsst bereit sein. Was ist das? Wer? Nein. Nein, sie sind hier. Wer sind Sie? Die Kater? Nein. Schlimmer. Heimtückischer. Gefährlicher. Die Wächter. Sie hören auf Korifeus. Sie wollen ihm das Licht bringen. Haltet sie auf. Ihr müsst sie aufhalten. Etwas geschieht. Das Gefängnis bricht zusammen. Aber es hat den Grabungen doch standgehalten. Was könnte... Ihr. Ihr habt den Schlüssel. Und ihr habt die Siegel überwunden. Aber wie? Champion? Seid ihr es etwa? Die Hork? Malcolms Tochter? Die Kater sagte, sie wäre nahe dran. Also müsst ihr es sein. Ich bin Janneka. Ich führe diese Einheit der Grauen Wächter an. Wieso interessiert sich euer Orden für meinen Vater? Ihr wisst es also nicht? Ohne Malcolm wäre dieses Gefängnis schon vor 30 Jahren gefallen. Erzählt mir, was mein Vater getan hat. Die Grauen Wächter errichteten dieses Gefängnis, um einen der mächtigsten Vertreter der dunklen Brut einzusperren, dem wir je begegnet sind. Aber selbst die stärkste Magie verblasst irgendwann. Deshalb müssen die Wächter die Siegel erneuern. Dafür bedarf es eines Blutmagiers, der nicht durch die Ausbildung der Wächter verdorben ist. Der Letzte, der dieses Ritual durchgeführt hat, war euer Vater. Deshalb war die Kater also hinter mir her. Wir brauchen eure Hilfe, Hork. Ich habe intensiv über diese dunkle Brut nachgeforscht. Und ich denke, die Wächter waren damals im Irrtum. Er ist keine Gefahr für die Menschheit, sondern eine Chance. Dunkle Brut, die sprechen, fühlen, denken kann. Die Verderbnis kümmert Korypheus nicht. Er hat euch benutzt. Der Kommandant der Wächter! Hört nicht auf diese Kreatur. Er ist selbst zur Hälfte dunkle Brut. Wir können Korypheus und seine Magie benutzen, um die Verderbnisse zu beenden. Nein, die Wächter wussten es. Korypheus ist zu mächtig. Tut es nicht, Hork. Der Kommandant der Wächter hatte mit einem wie ihm eine Vereinbarung getroffen. Und wir wissen immer noch nicht, welche Folgen das hat. Es ist das Risiko wert. Und wenn er uns nicht hilft, ist er einfach nur ein weiterer großer Mistkerl der dunklen Brut, in dem man einen Bolzen jagt. Keine große Sache also. Diese verfluchten Wächter. Vater wusste es besser. Lass das Ding eingesperrt. Korypheus ruft nach ihr und sie hört ihm zu. Sie hat ihm die Karte gebracht und sie euch auf den Hals gehetzt. Ihr müsst uns helfen. Korypheus könnte eine ebenso große Bedrohung sein wie die nächste Verderbnis. Wir können es nicht riskieren, ihn freizulassen. Wir finden einen Weg, ob mit oder ohne euch, Hork. Dieses Gefängnis wird fallen. Die Verderbnisse werden enden. Kommt! Freundes, wir werden vor Ihnen beim Siegel sein. Das hier war Teil der Verteilung des Verteilungsses vor Jahrhunderten. Alte Schutzmechanismen, instabil, gefährlich. Die Wächter haben sie abgeschaltet. Wenn wir sie wieder aktivieren, werden sie Janika aufheilen. Wenn Larius wegen Korypheus recht hat, müssen wir uns beeilen. Passt nichts an. Die alten Verteidigungen sind wieder aktiv. Äußerst unberechenbar. Äußerst gefährlich. Da! Das ist die, deren Tod Janika wünscht. Weicht zurück und ich werde euch verschonen. Es gibt kein Zurück. Mag sein, dass wir hier sterben, aber euch nehmen wir mit uns. Nein, nicht! Zu den Waffen! Und betet, dass Korypheus unsere Opfer würdigen wird. Gefangen, diese Narren von der Charta. Immer dort, wo sie nicht hingehören. Das hätte nicht geschehen dürfen. Keine Sorge, wir finden schon einen Weg hier raus. Ja, ja, denk nach. Es muss einen Weg geben. Ich war schon einmal hier, vor langer Zeit. Die Magie, die Magie fließt in einzelnen Strömen. Sie müssen vereinigt werden, damit sich der Weg öffnet. Ja, das ist es. Ja, das ist es.